Ich komme gerne hierher. Komisch, nicht? Ja, ja. Es ist so schön zu leben. Warum Tote besuchen? So ein Friedhof ist voller Geschichten. Da drüben liegt ein Mädchen und auf dem Grabstein steht, verlobt mit dem Andreas Weiz. Und dieser Andreas? Sein Name steht auf dem Kriegerdenkmal. Ein halbes Jahr, nachdem er gefallen war, ist auch sie gestorben. Die Leute hier sagen an gebrochenem Herzen. Es ist nicht gut, zu sterben für Liebe. Es ist gut, Leben für Liebe. Ich glaube, das kann man sich nicht aussuchen. Komeno, Madonna sagt, die ganze Welt lieb zu haben. Aber weil die ganze Welt zu groß ist für einen Mensch allein, muss ein Mensch einen anderen Menschen aussuchen. und ihn lieben. Für die ganze Welt. Wer hier schmult, wird angenagelt. Nun fang mal schön an zu singen, Kleiner. Du sollst mir aber ein ganzes Lied singen, hörst du? Für wen arbeitest du? Bei buddies! Ich danke für euch!